Ich bekomme zwar keinen, jetzt mal ganz ernst, wofür auch, aber ich möchte es euch trotzdem gerne weiter sagen und vor allen Dingen ans Herz legen. Am Freitag gibt es in Berlin den Deutschen Filmpreis, besser gesagt eigentlich die Deutschen Filmpreise, denn eine ganze Menge an deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern ist für diese Auszeichnung, für die Lola, nominiert. Und ich bin ebenfalls vor Ort. Ab 15.30 Uhr könnt ihr das Ganze per Livestream auf fredcarpet.com verfolgen. Den roten Teppich mit allen Gästen, mit allen aufgeregten Stars, Nominierten und all dem, was dazu gehört bei einer so großartigen Preisverlage. Also auf keinen Fall verpassen. Und außerdem gibt es dann den Deutschen Filmpreis abends um 22 Uhr im ersten deutschen Fernsehen zu sehen. Mit den glücklichen Gewinnern. Also ich freue mich auf euch. Bis Freitag. Dran denken. Der Deutsche Filmpreis bei fredcarpet.com